Heute nehmen wir Sie mit auf eine kleine Reise, um Ihnen die Funktionalität des ökonomischen Fahrtrainers ECOBAT vorzustellen. Herr Klaus, Sie werden mir jetzt helfen, dass mein Auto weniger Sprit verbraucht. Wie ich an meiner Fahrweise arbeiten kann. Sie haben die Box auch schon mit dabei. Sie wird ja im Auto angebracht, aber sie stört die Elektronik nicht. Die Garantie bleibt natürlich erhalten von meinem Auto. Da freue ich mich drüber. Aber sie hilft mir beim Sprit sparen. Die Box kann überall dort angebracht werden, wo wir eine waagerechte Fläche im Fahrzeug vorfinden. Bei Ihrem Fahrzeug im Handschuhfach, dass Sie ihn später nicht mehr sehen, sondern nur noch hören. Wir fahren jetzt eine kleine Runde. Da ist Autobahn dabei, Landstraße quer durch die Stadt am Kölner Dom vorbei. Und dann würde ich sagen, tanken wir gleich nochmal voll und gucken, wer einfach weniger Sprit verbraucht hat. So, beide Wagen voll getankt. Tankdeckel ist versiegelt. Meine Kontrahentin nochmal gucken, ob die startklar ist. Sabrina, alles okay bei dir? Dann würde ich sagen, action, drei, zwei, eins und go! Also ich denke nicht, dass ich jetzt irgendwie außergewöhnlich fahre und dadurch einen höheren Spritverbrauch habe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Sabrina schafft es nicht, mir zu entkommen. Bei der letzten Ampel habe ich sie wieder eingeholt. An der Ampel davor haben wir uns getroffen. Auf der Landstraße hat man einfach nicht die Möglichkeiten, so viel Zeit und Kilometer durch einen dynamisch-sportlichen Fahrstil, nennen wir den mal so, herauszuholen. Ah, okay. Man hört den Dauerton. Na klar, an der Ampel sollte man vorsichtig ranfahren, habe ich gelernt. Und in Ruhe beschleunigen, aber auch in Ruhe verzögern, damit man vorausschauender fährt. Jetzt haben wir hier ein bisschen Stadtverkehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Alex jetzt viel weniger verbraucht als ich. Es geht immer nur darum, wie schnell komme ich dann von 0 auf 200, also wie sehr strapaziere ich meinen Motor. Wir haben jetzt gleich die 100 Kilometer erreicht. Bin gespannt, dass Alex drauf hat und sind gleich wieder an unserem Startpunkt angekommen. Es ist einfach ein entspannteres Fahrverhalten, was du lernst. Spaß dabei, tierisch Sprit. Ja, und einbauen, kuck zuck. Die Box hilft mir, Geld zu sparen. Ja, und einbauen, kuck zuck.